Ein bisschen was zur DC Designs F15 jetzt in dem neuen Patch 1.08 und auch ein bisschen was zu der Maverick Expansion bzw. zu den Challenges. Also hier die Überarbeitung. Im FM hat sich, finde ich, viel getan. Also ordentlich was getan im Sinne von, dass die Beweglichkeit der F15 jetzt nicht mehr so hakelig oder so abrupt ist. Liverys hat er auch dabei gelegt. Das ist sowieso eine von meinen Lieblings-Liveries. Fliege ich auch in DCS World auf der F15. Das ist so diese Heritage-Serie. Die hat man gemacht. Jubiläum, Jahrestag, Landung in der Normandie und deswegen auch diese klassische Bemalung. Wenn man mal genau vorne am Rumpf auch guckt, sind da auch tatsächlich auch die Abschlussmarkierungen drauf und sowas. Also mit viel Liebe zum Detail gemacht und das ist so mit Abstand einer meiner Lieblingsbemalungen überhaupt für die F15. Start, Landung habe ich so jetzt nichts Abweichendes, Gravierendes gefunden. Das ist nach wie vor, wie es halt war. Nur halt im FM, was die Bewegung angeht, immer noch direkt, also spricht direkt an die F15. Aber es ist nicht mehr so, wie soll man das sagen, so abrupt und auch nicht mehr, also es kommt nicht mehr so hakelig rüber, wie das halt vorher noch der Fall gewesen ist. Und man sieht es ja auch sehr deutlich, so die Bewegung ist im Wesentlichen runder, angenehmer, aber trotzdem immer noch sehr direkt als Reaktion eben auf den Impuls vom Joystick. Und das ist super gemacht. Also die F15 ist jetzt auch richtig klasse geworden. Die F16 ist ja auch überarbeitet worden. Die F15 hatte ja nie das Problem mit diesem digitalen Fly-by-Wire-System, eben weil die ein analoges Fly-by-Wire-System benutzt. Das heißt, da war ja nie irgendwie eine Einschränkung im Mach-Loop, was die Geschwindigkeit angeht. Da konnte man schon richtig brettern mit der F15. Aber das ist jetzt bei der F16 auch der Fall. Dadurch, dass eben dieses digitale Fly-by-Wire-System, dass das jetzt funktioniert. Und von daher, die sind da, was den Mach-Loop angeht oder Tief-Loop angeht, sind die beide mittlerweile auf Augenhöhe, die Maschine. Da kann man wirklich sagen so, ja, okay, ich nehme die oder ich nehme die. Aber die F15 ist jetzt auch wirklich richtig klasse geworden zum Fliegen in meinen Augen. Ja, das macht richtig Spaß, das Ding halt durch enge Kurven zu brettern. Ja, also super, ich finde es klasse. Dann haben sie natürlich auch noch so ein bisschen halt die Effekte an den Kanten von den Tragflächen, haben sie noch aufgewertet und so. Und auch eben Überschall und so diese ganzen Dinge. Das ist jetzt alles schon wesentlich besser geworden. Was mich ärgert, ich kann es halt leider weder die F16 noch die F15 halt in der Maverick Expansion benutzen. Das heißt, die ist ja dazugekommen. Das heißt, diese Challenges, die hatte man ja zurückgehalten, wollte man ja erst auskoppeln mit dem Start des Kinofilms. Und das ist ja jetzt erfolgt und so. Und ja, gehen wir jetzt mal genauer drauf ein. Das sind jetzt Bilder hier aus quasi der ersten Challenge, die ich anwählen kann. Und im Grunde genommen, ja, ist das eigentlich vergleichbar mit dem, was ich so auch in der Vergangenheit im Machloop geflogen bin. Es handelt sich also hier um einen bestimmten Kurs und den fliege ich ab. Und dann kriege ich halt eine Auswertung, eine Wertung dafür, wie tief, wie exakt ich den geflogen bin und so weiter und so fort. Und was ich schade finde, es ist halt wirklich alles nur Amerika, aber das war irgendwie auch ein bisschen klar, weil da eben auch die Top Gun Schule da auch eben trainiert. Und dass da der Machloop jetzt nicht drin aufgenommen wird, das war eigentlich klar. Aber trotzdem ist es irgendwie so ein bisschen schade. Ich hätte es halt auch ganz cool gefunden, wenn da vielleicht auch eine Machloop Strecke drin gewesen wäre, aber ist halt nicht so. Aber grundsätzlich ist das vergleichbar mit dem, was man im Machloop macht. Da geht es halt wirklich um genaues Fliegen, akkurates Fliegen und Geschwindigkeiten halt einzuhalten, Bodenabstand einzuhalten. Das wird dann halt auch speziell gewährte. Das heißt also, es ist so ein Mix aus Geschwindigkeit oder auch Bodenabstand. Und dann muss man halt gucken, dass man da die Balance irgendwo findet. Ja, dass man in der vernünftigen Zeit durchkommt, dass man aber auch einen guten Tiefflug absolviert. Und ja, wie im Machloop auch, ist es eine Geschichte von Training. Das heißt, ich muss die Strecke aus dem FF kennen und dann verbessere ich mich dann im Laufe der Zeit, je öfter ich die Fliege so. Und das ist ja nichts anderes als Nordschleife fahren bei GTA, Quatsch bei Gran Turismo. Und das ist ja auch eine Sache, das ist Übung, Übung, Übung. Und dann wird das halt hinterher ausgewertet. Das war jetzt auch, glaube ich, meine erste Runde, die ich hier geflogen bin. Mit, was habe ich da abgeräumt, 1.400.000 und bei Quatschte 1,458, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. So, und der Beste ist jetzt, das ist der Kurs, der wird jetzt auch nochmal angezeigt, so wie ich den geflogen bin. Und da oben sieht man auch die Wertungen in den einzelnen Bereichen. Da kann man sich eine Rangliste anzeigen lassen. Da sieht man auch, da liegen noch ein bisschen, 400.000 Punkte liegen da einfach noch dazwischen, zwischen mir und dem Besten. Und da sieht man schon, dass man da schon Zeit verbringen muss und auch akkurat fliegen muss, damit man da in einen super Topscore kommt. Aber so, das ist halt das Prinzip dieser ganzen Geschichte. Das machst du halt alles nicht so mal eben, sondern das musst du trainieren. Dann musst du die Strecke im Kopf haben, dann wird das im Laufe der Zeit immer besser. Das kann man sich dann hinterher auch angucken, so wie man das geflogen ist vom Kurs her und so. Und da habe ich mich, also ich könnte jetzt noch andere Bilder einblenden, weil im Moment bin ich so bei 1.5 und ein paar gequetschte, 1.5.30 oder so. Und da sieht man schon, dass ich auch meine, mein Kurs, also mein Flugverhalten im Kurs, dass da eigentlich kaum noch Abweichungen drin sind von der Ideallinie, die da geflogen werden sollen. Aber das Ganze eben noch nicht so richtig hundertprozentig läuft, weil, ja, man es einfach üben muss, ne, so ist das. Hinzugekommen ist dann auch eine Landung auf dem Flugzeugträger. Wir haben ja von außen gezeigt, also du kommst da rein in diese Challenge, du musst eigentlich nichts machen. Die Klappen sind draußen, Fahrwerk ist draußen, der Fanghaken ist auch draußen. Das konzentriere dich eigentlich dann in dem Moment nur auf das, was du da zu absolvieren hast. Das ist mein erster Anflug gewesen, überhaupt meine erste Landung auf dem Flugzeugträger. Ist von mir auch etwas, was ich nicht kenne, total ungewohnt. Und dementsprechend habe ich da eigentlich auch kaum Punkte für bekommen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich da idealerweise auf den Flugzeugträger anfliegen soll. Man sieht es ja oben an der roten Lampe auch, die sollte idealerweise, sollte die in diesem grünen Bereich sein, genau in der Mitte. Und das hat aber auch was mit dem Anflugswinkel selber zu tun, den man einhalten muss. Aber ich habe da wirklich keine Ahnung von. Das heißt, ich müsste mich da erstmal in die Materie komplett reinlesen. Wie funktioniert das auch? Und das war jetzt einfach so aus dem Bauch heraus gemacht. Eine Landung auf dem Flugzeugträger. Und das hat erstaunlicherweise direkt beim ersten Anflug geklappt, dass ich auch da runtergekommen bin. Aber wie gesagt, das war alles nicht so gut, dass ich da jetzt großartig Punkte für bekommen hätte. Das sieht man jetzt gleich auch in der Abrechnung. Ja, weil da einfach Winkel von mir auch nicht richtig eingehalten worden sind. Aber ich finde es ganz cool gemacht eigentlich, diese Expansion hier, dass man da mal so ein paar Missionen hat, die man halt fliegen kann. Halt mit den Jets auch. Wie gesagt, eigentlich ärgerlich, dass ich nicht die F-15 oder die F-16 dafür nehmen kann. Aber geht halt leider nicht. Das machst du halt alles mit der F-18 Hornet, diese ganzen Challenges. Aber gut, dann ist es halt so. Und es ist was für den Enthusiasten. Das ist was für Leute so wie meiner einer, der halt auch da, keine Ahnung, Stunden über Stunden im Mach-Loop verbringt, um sich einfach zu verbessern, um seine Technik zu verbessern. Und das Ganze ist jetzt hier halt übertragen auf die Kurse, die in Amerika zur Verfügung stehen, in den Vereinigten Staaten. Da ist unter anderem auch der Sidewinder dabei und sowas. Und das sind halt so die Kurse, die da unten geflogen werden in der Wüste von Nevada und drumherum. Halt rauf bis zu den, ja, den Skigebieten, den kalifornischen Skigebieten, dann in den Wallis oben und sowas. Also eigentlich auch eine super schöne Ecke zum Fliegen. Und wie gesagt, wenn man da Spaß dran hat, so ein bisschen seinen Score da zu verbessern, dann, ja, kann man das jetzt tun, kann da wirklich viel Zeit mit verbringen, weil es dauert besser, dass halt in Perfektion fliegen kannst, das Ganze. Ja, wollte ich mal gezeigt haben, so Verbesserungen bei der F-15, also sehr schöne Verbesserungen in meinen Augen, was das FM betrifft und eben halt auch die Maverick Expansion mal so in einem Movie vorgestellt. So, ja, das passt ja irgendwie gut zusammen. Und was soll man über einen Patch großartig da immer berichten? So, das ist meistens eine Sache von vielleicht einer Minute oder so. Und dann ist das eigentlich vom Tisch. Und so habe ich das halt hier in diesen beiden, also die beiden Inhalte zusammengefasst in einem Movie. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Film. Bis dahin. Tschüss.